Die erste Station ist natürlich relativ einfach. Ohne Account können wir nicht verkaufen. Natürlich gibt es die Möglichkeit über den eigenen Amazon Login, den ihr habt, wo ihr selber einkauft, auch ein Login im Seller Central zu haben. Das ist eigentlich aus den Zeiten gewachsen, wo man schnell und einfach mal gebrauchtes Buchen, gebrauchtes Spielen, gebrauchte DVD einfach wiederverkauft hat. Wenn ihr natürlich aus Business-Sicht denkt, dann legt da bitte einen neuen Account an, denn wenn mal euer Account gesperrt wird, ist sonst auch euer privater Einkauf eingeschränkt. Wie geht das? Nun, ihr geht ganz normal auf die Amazon-Seite, Seller Central, Konto anmelden, einrichten, wie auch immer. Und dann müsst ihr beim Thema Konto erstellen einen Kontoname eingeben, ein E-Mail, Passwort nochmal wiederholen und klickt einfach auf Weiter. Im weiteren Bereich gehen dann diese Felder auf. Dort entscheidet ihr euch natürlich für ein Land, wo ihr sitzt. Das sollte natürlich korrekt dem Unternehmen zugeordnet sein. Und dann lest euch bitte diese Vereinbarungen alle durch. Tut es. Ja, tut es bitte. Und ansonsten geht es natürlich dann in die gängigen Schritte weiter. Neben der Landesauswahl erfolgt danach direkt die Auswahl, als was ihr tätig seid. Dort habt ihr eine breite Auswahl von Unternehmensformen. Und wenn ihr euch als Einzelunternehmer oder Einzelinhaber dann registrieren wollt, kommt auch extra diese Meldung, ob das auch wirklich alles korrekt ist. Falls nämlich dort Fehler auftauchen oder etwas nicht stimmt, kann es halt sein, dass die Verkaufsberechtigung entzogen wird. Das ist auch immer das gängige Problem, warum in diesen Firmierungswechseln solche Probleme passieren. Wenn ihr wirklich vorhabt, was Großes zu machen, was Ordentliches zu machen, solltet ihr von vornherein in der finalen Unternehmensform starten. In dem Account. Ansonsten kann es immer mal wieder Probleme haben. Ja, dann dürft ihr euch einen Firmennamen auswählen, beziehungsweise sollt ihr natürlich genau den der Registrierung verwenden. Ich habe es jetzt einfach genannt, Kelm macht das schon, einfach nur, weil wir hier aus Testzwecken unterwegs sind. Dann habt ihr alle Geschäftsdaten einzugeben. Eure Postleitzahl, Hausnummer, Adresse, getrennt natürlich, Straßennamen und Hausnummer in anderen Bereichen ja, zusammenhängt. Geschäftliche Telefonnummer. Hier, den Spaß konnte ich mir nicht nehmen. Die Nummer bitte nicht vergessen, die Registriernummer. Schon mal Spoiler, nachher kriegt ihr so eine Einladungsmail. Willkommen, Sie dürfen jetzt überall verkaufen, da vergessen Sie Holland. Das ist ganz spannend. Primäre Kontaktpersonen, da schreibt ihr euch natürlich hin, außer ihr habt noch irgendeine andere Vertretung. Die Verkäuferinformationen sind dann natürlich auf die Persona zu führen mit Geburtsland, Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum, Adresse seht ihr, hier habe ich eingegeben. Nein, das ist nichts Verbotenes. Schön, ihr seht die Adresse. Könnt ihr mir immer das Lego zuschicken, wisst ihr ja. Dann SMS für eine Einmalbestätigung schicken und dann ist das alles soweit gut. Dann geht es halt weiter in den nachlaufenden Bereich. Hier wichtig, die Kreditkarte ist für die monatlichen Gebühren und auch für andere Kosten wie Werbung und so weiter. Dann einfach genutzt. Immer schön, wenn man da eine hat, die Meilen und Ähnliches sammelt. Adresse könnt ihr hier wechseln, wenn ihr wollt und dann seid ihr auch eigentlich schon zu 100% durch. Ihr Verkaufsplan, Verkaufstarif, professionell. Hier hätte man sich dann die Details noch anzeigen lassen können, aber was will man da jetzt groß schönreden. Dann gebt ihr euch bitte einen Namen. Camps, kleines Geschäft. Camps, kleines Amazon, war leider nicht erlaubt. Und dann geht es schon los. Das war es tatsächlich schon. Und ich war selber überrascht. Man ist dann tatsächlich einfach so direkt im Ablauf und es geht los. Bevor es jedoch direkt losgeht, macht das. Zwei Schritte Verifizierung ist Pflicht. Noch bevor ihr euch freut, dass ihr jetzt ein Konto habt, das direkt einrichten. Das habe ich natürlich sofort gemacht. Und als zweites kommt dann hier die schöne Mail. Herzlichen Glückwunsch. Alles tutti, alles schön. Schön, dass du da bist. Jetzt kannst du loslegen. Es kommen noch ganz viele Mails und Inhalte. Und dabei ist es wichtig, in der Übersicht sollte alles drin sein. Ich muss sagen, ich habe hier Sachen drin gefunden in der Grundübersicht, auch weil ich das neue Seller Central da direkt habe. Die habe ich im normalen Seller Central nicht. Viele Sachen haben mich dann doch überrascht, insbesondere im B2B Central, aber auch im Bereich Lagerbestand, waren Sachen da drin, die ich so noch nicht gesehen habe. Dann die ausgewählten Länder. Das ist der Witz. Sie führen hier sechs auf und schreiben dann Einladungs-Mail mit nur fünf von diesen. Aber Spaß beiseite. Damit können wir arbeiten und dann kann es losgehen. Aber vergesst bitte nicht, Steuerunterlagen einreichen. Die ganzen Vorschriften, die ihr da beachten müsst, was ihr hinterlegen müsst, was ihr angeben müsst, überall die Nummern eintragen, die Länder ausschließen, in die ihr nicht liefern wollt und so weiter und so fort. Das sind Details, auf die ich jetzt nicht eingehen werde. Jetzt haben wir definitiv einen Account. Und?